Hallo und herzlich willkommen hier bei Freund. Freund ist ein mittelständisches Unternehmen im Westmünsterland und hat ca. 100 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. 10% davon sind Azubis. Mein Name ist Sophia, ich mache eine Ausbildung zur Industriekausbau. Und wir Azubis möchten dich jetzt gerne einmal mit durch unsere Firma nehmen. Komm doch einmal mit! Komm doch mal mit! Ich heiße Karin, bin 20 Jahre alt und mache hier bei Freund meine Ausbildung zur Industriekausbau. So wie Sophia, die jetzt im zweiten Lehrjahr ist und Dina, die im ersten Lehrjahr ist. Und ich bin jetzt im letzten Lehrjahr, also im dritten Lehrjahr. Wir unterstützen hier im Unternehmen die kaufmännischen Prozesse, wie zum Beispiel vom Angebotsvergleich bis hin zur Begleichung der Rechnung. Dazu durchlaufen wir während der Ausbildung verschiedene Abteilungen, wie zum Beispiel der Einkauf, der Vertrieb, Marketing, Zentrale, Disposition und die Buchhaltung. Zwischendurch sind wir dann auch nochmal in unserer technischen Abteilung, damit auch wir wissen, wie unsere Produkte funktionieren. Außerdem dürfen wir immer mal wieder unsere Monteure bei den Montagen begleiten. Ja, während der Ausbildung erhalten wir viele Einblicke im Unternehmen und können auch schon einige Tätigkeiten selbstständig übernehmen. Ja, herzlich willkommen in der EDV-Aubteilung. Ich bin Paul, das ist Lukas und wir sind hier die Fachinformatiker für die Systemintegration. Ja, unsere Aufgaben sind vielfältig. Dazu gehört, wir verwalten die Server, wir verwalten die Hardware in der kompletten Firma, wir helfen den Mitarbeitern bei der Technik und sind einmal ansprechbarer bei technischen Problemen. Herzlich willkommen in der Entwicklungsabteilung der Firma Freund. Ich bin Luis, Auszubildender, Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Besonders gut gefällt mir hier das kollegiale Umfeld, dass ich mit Projekten betreut werde, die für die Firma Freund wichtig sind. Hallo, mein Name ist Ulrich Steffen. Ich bin Auszubildender und dualer Student der Firma Freund. Mein Aufgabenbereich ist die Pflegung und Erweiterung der grafischen Oberfläche unserer Produkte. Am meisten mag ich an Firma Freund, dass man an innovativen Projekten arbeiten kann. Herzlich willkommen im Labor. Mein Name ist Peter, ich mache hier eine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme und ich bin im dritten Lehrjahr. Hauptsächlich sind wir in der Anziehung und Retourenbearbeitung als auch in der Produktion von Geräten. Hallo, mein Name ist Marum Schlüter. Ich bin 19 Jahre alt, arbeite bei der Firma Freund Elektroniker für Geräte und Systeme und besonders gefällt mir an der Firma Freund, dass ich sehr vielseitige Aufgaben habe und selbstständig meine Arbeitszeit einplanen kann. Hier stehen wir jetzt in unserem Casino. Dort verbringen wir unsere Mittagspausen und Zeit miteinander. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Einblick in das Unternehmen geben und freuen uns über deine Bewerbung. Bis zum nächsten Mal.